Kein Konzept legendär und die Kids wollen mehr, das ist Twitch und Limmel, oh. Warte, soll ich Squats machen? Ja. Okay, wie viele schaffe ich? Perfekt. Noch einen. Jeeeey. Oh, wieso fett, Digger? Das war, äh, Ding, oder? Star Wars? Das war Avengers. Ich sag, ich hab noch nie, ich hab noch nie in meinem Leben ein Bier einfach so auf der Bank getroffen. Ein Bier auf der Bank getroffen, wie kommt der Mann auf sowas immer? Seid mal ehrlich. Holla, der Trimax hier. Verpiss dich, du an! Junge. Perfekt. Wann kommen mal wieder Sex-Stories? Ich hab keinen Sex mehr. Au! Waren zwei gute Videos von Kein Konzept. Ich weiß gar nicht, hab ich's überhört? Oder ist dieses Thema Insolvenz gar nicht im Video? Hab ich's überhört, Chat? Kommt bei 1124. 225? Oh mein Gott, ich scroll noch durch! Ich hör, einmal Sascha Huber hat Workouts gemacht. Der Mann hat mein Leben genommen. Nicht der Leben hat mein Mann genommen. Ich mach mit, obwohl ich fett bin. Na Bruder, anscheinend ist ja noch Zeit zu donaten, also so gut kannst du ja nicht mitmachen, wa? P.O. Kommt auch nichts. R. Kommt auch nichts. N. Ja, gut, also... Überleg mal, wie Smart... Ich kann das auf jeden Fall nicht machen, Digga, wichtig. Smart hat kein Konzept, dass er macht einfach Jumpscares in seinen Videos und dann produziert er mit seinen Videos immer neue Clips für seine Videos. Ey Junge, meinen die Leute das ernst oder wollen die Trollen, Digga? Was sind das für Antworten? Wie viel Einwohner in Deutschland eine Million, Digga? Das ist doch... Ah, Digga! Kevin hat so viel Bom gesmoked, wie er ist auf einen anderen Planeten. Digga, will er so groß, dicker Buckingham Palace... Der Rapper. Kennst ihr nicht den Trick von Usa? Bruder! Was für ein Camp, das kann ich nicht verraten. Die haben auch schon gesagt, die haben bei mir mehrmals gesagt, ich soll nichts leaken und es war auch Jens sehr wichtig, weil Jens ist der Meinung, was ich am meisten lieb von allen. Deswegen hab ich gesagt, okay, diesmal sag ich gar nichts. Rauch, okay. Na gut, ist schon möglich. Ich bin halt von den 4 dann derjenige, der nicht raucht, aber ist in Ordnung. Ich mein, ich kann ja den anderen zuschauen. Sascha, was machst du denn da? Sascha hasst es ja, wenn man ihn aufnimmt, während er raucht, Digga. Der Mann, ne? Haben die einen Arschlöcher? Ja. Was war das? Was war das? Was ist das? Hä, was ist das? Ein Wurm? Ein Wurm? Ein Wurm? Nie, niemals! Ich schwöre, eklig. Ekelhaft. Gott sei Dank ist mir sowas noch nie passiert in meinem ganzen Leben. Danke für die 200 Bits, Tobi, Digga. Guter Mann, ich küsse deinen Ernst, Bro. Digga, ich schwöre, mir ist das noch nie passiert in meinem ganzen Leben, glaube ich. Dass ich irgendwie Gessab und einen Wurm irgendwie in einen Apfel oder keine Ahnung, wo drin war. Gott sei Dank. Ich hoffe, das bleibt auch so, ja. Das ist echt ekelhaft. Bah. Ich würde nie wieder irgendwie einen Apfel oder so essen. Das ist echt ekelhaft, ja. Das ist wirklich eklig. Und deswegen, Leute, es ist kein Apfel. Lass uns eine imaginäre Schneeball-Schlacht starten. Das muss ja noch nichts sehen, das ist doch Legend auf Twitch. Diese Leute, die streamen doch auf Twitch. Kai ist stolzer Zuschauer von dieser Dame hier. So fucking hot, I'm not lying. The water is actually burning my legs. Yes, I'm not lying. Ich schwöre, wie gerade an solchen Leuten zuschauen, aber noch ernstiger. Ich finde sowas richtig cringe, ja. Beautiful. Yes, it looks so good. I look like a... ...stunden hinter dem Zeitpunkt, er hat die ganze Zeit gewartet. Er hat alles gefickt mit seinem Bild, ey, was ist das für ein Bild, Digga? Mein Bild ist ja schon sympathisch, aber seins, Digga? Er hat alles auseinandergenommen. Ich weiß, ich weiß sogar die letzten beiden. Kann Ron uns hören? Ist das ein Standbild? Ron? Nein, Leute, ich bin da. ...punkte bekommen, weil Max die Einzelwertung gewonnen hat. Geil. So, wir gucken den Zwischenstand jetzt einmal an. So, wir warten. Fähig, der Mann, perfekt. Ja. So, wir haben noch einen Moment, dauert noch einen Ticken. Nico, wie war es, wieder ein Spiel zu gewinnen? Dinkel. Sei mal ehrlich, ja. Sei doch mal ehrlich, bitte. Wichtig. Da gibt es dazu Bio-Geflügel. Ekelig. Zwiebelwurst, Gouda, bisschen Käse. Wieder mal kein Konzept. Videos, die kann ich check. Check die Clicks, ich mach Memes für die Kids. Ja, war ein gutes Video, Digga. Also, da waren schon auf jeden Fall sehr cringe Clips dabei. Leute, aber ehrlich, manche Leute machen echt extra Sachen, damit die in solche Videos reinkommen. Ja, man merkt das so krass, Digga. Bruder, du kannst doch nicht sagen, Deutschland hat eine Million Einwohner. So, what the fuck, ey. Da ist doch, das ist schon extra. Da ist wirklich schon extra so.